Musik 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 Ja, mit vollem Körpereinsatz wird hier kräftig unterstützt. Die Gäste butteln hier ihre Autos aus und natürlich präparieren sie auch schon ihre Autos für morgen, denn man hofft dann doch endlich morgen runterfahren zu können. Die Autos freigeschippt, denn wir haben eine Info bekommen, dass die Straße tatsächlich jetzt, und zwar die hier,